Nach einer neuen Perspektive suchen, ja, kommt doch vielleicht einfach mal bei der Panzerplatte noch vorbei. Und hier rollt Peter Hilde aus deutscher Perspektive, zieht er chapter seine Runden. Ja, die 7.30 Uhr zieht hier grenzlicher als einziger im Moment, seine Kreise, der steht in der Notetoppe durch. Das ist ein Paralyse-Starter bei nämlich Kita Horsey und Calvin Kudlitscher, das ist Wolfgang Enert. Also der erste Dieselpilot hier bei uns auf der Strecke, hat ja so ein bisschen das interne Fälle mit Josef Becker.